So, da sind wir wieder bei dem nächsten Part. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und jetzt versuche ich hier mal rüber zu kommen. Ich hoffe, ich erreiche jetzt gerade nicht die Geschichte. LOL. Jens, fast geschafft, muss ich fast sagen. Moment, ich habe ja gespeichert, das war dann hier. Ey, lol. Das war ja natürlich ein exzellenter Sprung. Der war auch exzellent. Fängt heute wieder sehr gut an. Ei, 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 ei. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich solche Sachen hasse? Mh, lol. Dann geht es jetzt runter. So. Ich weiß nicht, wie viel es ausreicht an Platz. Alter, nur weil dieses scheiß Elo mit dem scheiß Kopf dazwischen war. Das finde ich nicht so lustig. Ähm. Okay, die gehen so scheiße auseinander, fand ich ja nicht so geil. Weil ich, äh, komme der Sache näher, habe ich den Eindruck. Ja, kurz nachdem ich das gesagt habe, muss es natürlich erstmal auch schieflaufen. So. Hier kann uns erstmal nichts mehr erreichen. Darum speichere ich auch mal schnell. So, das heißt, hier jetzt eigentlich auch nicht mehr. Vorsichtig. Dann der erneute Speicherpunkt. Und das ist eigentlich ganz easy. Hey, eigentlich würde ich es fast schon gerne ohne Elum machen. Ohne Witz. So, easy. Das ging ja noch. Also, wie gesagt, wenn man ohne Schnellspeicher macht, dann kommt mir das so vor, als wäre das wahnsinnig schwer. So, hier ist wieder Elum-Power angesagt. Dann machen wir das mal. Wir nehmen ganz viel Anlauf. Zertowns. Jo, das ist auch... Abbrechen. Definitiv, äh, notwendig. Ja, lacht der einen ab. Ey, halt's Maul jetzt. Darf ich jetzt wieder spawnen? Das wäre richtig geil. Danke. So. Done. Let's go. Let's go. Und... Ich bleib hier nochmal kurz kurz. Speichere eben kurz und guck mal, was hier steht. Die Suche nach den Streisen. Keine Ahnung, was da immer steht. Ich hab auch keinen Bock, das Ewigkeiten nachzulesen. Ach, da stand einer. Hello. Gut, komm. Wir gehen hier weiter runter. Oh, ich hoffe, man hört nicht draußen wieder diesen blöden Typen, der mit seinem Laubstaug sauer... Sa... Laubstaugs... Äh. Laubstaubsauger rum... Saugt. Das ist sowas von nervig. Das ist echt manchmal nicht zu glauben, was das denn mal soll. So, das Teil... Elum liebt Honig, hasst aber Bienen. Ja, ja, ja. Schon klar. Das heißt, ich muss mir jetzt wahrscheinlich hier irgendwo... Wieder, ähm... Was besorgen. So steintechnisch oder sowas. Damit ich den... Bienenstock da mal ein bisschen auseinandernehme. Kann. Kommt mal alle zu mir her. Ich brauche Energie. So. Ah, geil. Komm, Tauben. Vögelchen, komm zu mir. Ich brauche Energie. Okay, der ballert mir einen ab. Ich hoffe mal, dass es nicht so viel Energie kostet. Lauf! Achso, ich wurde erschossen. Hier sind genug Leute. Okay, verstehe. Dann muss ich mich hier wahrscheinlich, ähm... Von Passage zu Passage... Ähm... Ja, bewegen. Kann man ja natürlich auch hinschleichen, ne? So, ne? Dann warte ich jetzt eben nochmal kurz, kurz. So, hier kriege ich ein Passwort. Okay, alles klar. Aber hier muss ich nachher erst mit meinem... Elum hin, ne? Merke ich gerade. Weil ich komme hier gar nicht drüber hergesprungen. Das heißt... Ich muss... Aua, aua, aua. Ich muss erstmal noch was anderes finden. Ich muss Steine finden, damit ich dem... Elum da erstmal... Den Honig wegnehme. Oder den Honig nicht versüße, sondern versauere. Also sauer mache. Also, was auch immer. So, hier... Sieht so aus, als könnte man durch. Hallo. Hi. Ja, ja, ja. Moment, das war doch so. Ja, warte, Moment. Das war, äh... Doch so. Wenn das das Passwort ist, was ich da unten gemacht habe. Ah, cool. Ja, geil, oh. Dann hat es sich halt doch gelohnt, da unten hinzugehen. Dann war das nicht umsonst. Ja, dann charte ich hier nochmal ein bisschen rum. Hier, weißt du? So. Und mach bumm, bumm, bumm. Dann müsste das... Egal. Komm, guck mal hier, was hier los ist. Okay, es sind immer noch, ähm... Diese Dinge. Dann würde ich mal sagen, ich muss mal nach oben und mir nochmal die... Die meine Macht abholen. Meine mächtigen Shorns. Der weiß jetzt ja, dass ich Kollege bin. Dankeschön. Dann lass mich mal wieder zurück und die nächsten Minen quasi da zerstören. So. Ich gehe hier mal runter. Das müsste ja eigentlich hier reichen. Ich hoffe nur nicht, dass es zu nah ist, um mich zu... zu schädigen. Das wäre natürlich nicht so cool. Ich habe so viel Life, habe ich auch nicht mehr. Braucht ihr Bienen? Ähm... Speichern. Runter, 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 runter. Alter, Scheiße. Da muss ich ja richtig fix sein. Ja, nein. Ah, ich habe nicht mehr so viel Life. Ich muss einfach irgendwie wegspringen. Wenn ich keinen Fallschaden bekomme, ist das, glaube ich, recht easy. Moment. Aua, Moment. So, hier hin hoch. Meine Güte. Einfach ist was anderes. Wenn man nicht so viel Life hat, ne? Weil ich... Warte, ich kann ja mal kurz rum. Eine Zaube, lol. Da wird es ja nicht gerade einfach. Runter. Ah da, ohne Witz. Das muss ich... Das muss ich da bis dahinten hinschicken. Moment mal. Ich lade nochmal kurz. Ich muss eigentlich nur so dann... Direkt hier so hin. Ich schaue nur gerade. Gibt es hier noch irgendwo ein paar Tauben, die ich mir schnappen könnte? Also ich hätte ja gerade noch welche. Aber... Gibt es hier noch welche? Ne. Tatsache nicht. Also... Dann muss ich das tatsächlich so schaffen. Ach! Alter! Ey, ohne Witz. Ich wurde zu krass da hinten weggeschutet. Das ist das Problem. Ah! Was? Das ist noch nicht... Ach so. Ja gut. Alles klar. Na? Kann ich hier auch so runterrollen, damit ich sofort am Stizzle? Du und dein scheiß Honig. Ne? Ohne Witz. Ich gucke nochmal, ob ich hier irgendwo ein paar Tauben finde. Also... Sonst wird es echt schwierig. Da werde ich nur erschossen. Kann ich den nehmen? Ne. Den kann ich nicht verzaubern. Ja. Scheint hier echt nichts mehr zu geben. Also taubentechnisch zumindest. Ähm. Das natürlich macht die Sache nicht adereinfacher. Da weist ich gerade auch nicht unbedingt weiter. Natürlich kann man das dann immer wieder versuchen. Nein. Komm, lass dich mal hier... ...durch. Wehe. Vielleicht noch ein paar Tauben. Oder ein paar Vögel. Was auch immer. Dankeschön. Ja, ich gucke mal, was ich damit reißen kann. Vielleicht kann ich ja mit dem irgendwas dran. Ne. Also, denen ist das schon mal egal. Was? Was tropft denn da eigentlich runter? Fanden irgendwelche Steine runter. Aber ich glaube, die kann ich nicht gebrauchen. Ja, dann... ...ähm... ...wür ich mal sagen, let's go. Wir tryen das mal wieder. So, hier sind wir ja gewesen. ...wür ich mal sagen. Nein. Alter. Ohne Witz. Ah, komm schon. Oh, fast geschafft, Alter. Halt's Maul. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm zu Elum. Ah, danke. Danke. Dankeschön. Einmal kurz speichern. So. Dann gehen wir jetzt runter. Da hast du ja gesehen. Hier an Honig naschen, das bringt nur Ärger, mein Junge. So. Nein. Komm runter. Komm mit. Elum. So, jetzt müsste das schon reichen. Dann rasen wir hier mal schnell geschwind durch. Okay. Lol. Ähm, das müssen wir hier machen. Schaden können wir nicht. Das heißt, eigentlich müssten wir... Allah! Alles ist cool, Leute. Ich will mir nur ganz kurz mal hier... Ich wollte mir nur ganz kurz die Tauben da gönnen. Mehr wollte ich doch nicht. So, darf ich jetzt nochmal wieder neu starten? Dann bin ich nämlich hier. So, Elum, komm. Wir müssen nochmal zurück. So. Steigen wir eben gut ab. So. Das Passat haben wir ja schon gewusst, also müssen wir nicht mehr zurück. Dankeschön. Na ja, komm, dann speichern wir immer ganz fix hier. Und dann... Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier... Muss ich denn da drunter klettern oder so? Vielleicht komm ich mit Elum nicht mehr weiter. Ich weiß es auch nicht. Also ich muss Elum sagen, dass er da stehen bleiben soll. Jetzt hilft alles nichts, glaube ich. Okay, du bleibst jetzt hier tatsächlich stehen, oder? Ist das richtig? Wunderbar. Gib mir Choco. Lol. Momentchen mal. Wie viel Live habe ich? Eine nur? Das kann nicht sein. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig, um darüber zu kommen. Das heißt, ich muss hier nochmal hin. So. Oh Gott, ey. Ich wollte absteigen. Ich bin immer wieder verwirrt. Das hilft alles nichts. Aber es ist immer wieder diese Geschichte mit Sony und Xbox. Das habe ich schon so häufig erzählt. Unglaublich. Aber wahr. So. So. Aufsteigen. Kurz ein bisschen Schwung holen. Und dann... Äh. Wollte ich sagen, bereit kommt es eh nicht kurz vor. So, Marine. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen mehr Energie. Und dann können wir das wahrscheinlich da auch gut durchschaffen. So. Alles klar. Dann. Absteigen. Komm her. Kommt alle her, Vögelchen. Ich brauche eure Energie. So. Dann. Und dann speichern wir. So. Und jetzt haben wir gespeichert. Das kann ich auch gleich sagen. Ich beende dann auch hier wieder den Part für heute. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein bisschen drüber sind oder nicht. Aber... Ach, das wird schon ungefähr passen. Ähm. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.